Und damit Willkommen zu einer weiteren Folge TokioCountry 3, DixiKong's Double Trouble mit dem Tem, ich bin Tem, du nicht. In der letzten Folge haben wir dieses wunderbare Level geschafft. Aber, absolute Frechheit, es gibt natürlich auch in diesem Level drei Bonusfässer, warum auch nicht. Wir haben zwei gefunden und ich weiß jetzt wo das dritte ist. Absolute Frechheit, ich sage euch, ihr werdet sehen, irgendwann, vielleicht. Stirb. Boah, ist das frech. Ich, nee, also, mhm. Schön langsam. Das war schlecht. Oh Gott. Das war halt wirklich nicht gut. Nochmal. Vielleicht soll ich die Bananen mitnehmen, wer weiß. Stirb. Hier war Bonusfass Nummer eins, genau. Da können wir ja drauf scheißen. Wir haben Bonusfass eins und drei. Zwei ist, was fehlt. Und wir waren ganz knapp daneben. Wir sind diese Buzzer da um die Banane. Diese Formation gibt es in dem Level zweimal. War das nicht hier? Nein. Und da gehen wir jetzt hin. Das war bei der Deka-Münze. Gibt es quasi noch ein Versteck. Das dürfte hier oben sein, oder? Und da wir schon angehittet sind, ist das jetzt ein bisschen doof. Weil wir sterben. Mann! Ich glaube, im Remake war es ein bisschen einfacher, die Nüsse zu treffen. Die flogen besser? Vielleicht. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Okay, die machen Boxi-Boxi. Danke. Aber dahin kommen ist nicht so schwer. Wenn man sich nicht total schlecht anstellt. Es ist gut möglich, dass in der Folge nichts weiter passiert. Außer diese eine Münze zu holen. Wir gehen dann ins nächste Level vermutlich. Aber ob wir da so viel machen werden, ist fraglich. Die letzte Folge war im Grunde schon minimal überzogen. Ich habe nicht mal alles in dem Level hier bekommen. Ist ein nerviges Level. Geh da doch durch, du Flugratte! Wobei, Flugratten sind Tauben. Da bist du so ein Flucopossum. Hier habe ich mir noch gedacht, warum sollte man da rein? Ganz einfach. Gibt keinen Grund. Aber beim zweiten Mal gibt es den Grund. Und das ist Mega-Smelly-Stink. Ich sage euch. Nicht hauen, bitte. Ich bin wie ihr ein Vögelchen. Mein Schnabel ist hübscher und nicht so dumm. Aber nehmt es mir doch nicht so krumm. Verrecken Hölle. Ich weiß mein Leben. Ich komme jetzt nicht mal durch. What the fuck? Du Spooky durch Lochi. Also das erste Mal, okay. Aber beim zweiten Mal war ich doch direkt vor dem Loch. Geht mir den auf den Sack. Rollen! Nochmal die ganze Scheiße. Nur an einer Stelle nicht schafft. Danke. Also ich hätte ja nichts gegen Damage-Boosten. Wenn man es dann durchschafft. Du bist scheiße, Vogel Der dreht sich immer erst im dritten, vierten Frame oder so um Und wenn du dann schon in Nuss schießt, dreht er sich gar nicht um Und das ist unpraktisch Das heißt, ich muss das jetzt schaffen Und ich bin nicht so gut im Schaffen So Hüpf 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 Feuer Bullshit 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 Nochmal Yay, Kitty Kong nur weil ich keinen bock und das geile ist dass ich da damit spuste muss ich noch durch die buzzer durch das wird schön gibt mir der geilen bananen das war schon fast fest du stirbst die 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 man es ist so anstrengend und ich mag es nicht das mag ich nicht ich mag es nicht mag ich das nein bin ich da nein, nein, da geht noch ich hab die gerade ein bisschen gedespawnt oder so fucking Hurenkind stirb und jetzt schieß ich wieder schön dagegen dass ich da was sehe ok, und hier muss ich jetzt rein das ist gar kein Problem ich kotze gleich Blut oh, ich will kein Blut kotzen weee ich hasse es und man wird auch ungeduldig das heißt, ich werde mehr Fehler machen und dann komm ich wieder nur mit Dixie an da stirb da kann man sowieso vergessen ne, verpiss dich niemand mag dich wenn dann wenigstens grüne Buzzer die man wegschießen kann neeein neeein haben wir nicht nötig jetzt muss ich das wieder überleben fuck you ich war nicht nein, das war verkackt mann das ist doch schon wieder für den Arsch das ist doch schon wieder für den Arsch das krieg ich doch schon wieder nicht hin stirb ich habe jetzt gleich acht Minuten nichts gemacht ich sag doch ja, vielleicht schaffen wir in der Folge nicht viel vom nächsten Level ich schaffe ja niemals das rollen warten hüpfen Spaß haben zack bis nein nein ich habe gerade niemals nach unten gelenkt oder so ich habe gerade nur einfach nur tu es nicht fuck you Vogel fuck you Heart du bist nicht gefiedert sondern beharrt mental breakdown du 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 ich will das Level nicht mehr spielen das ist immer so schwer aber diese Stelle ist halt nach 2,5 Damage Boosts und man kann nur einen machen Und ja, man könnte auch einfach gut spielen, aber Fuck you, hör das So, easy Weißt du So kann es nämlich auch gehen, Mama Fuck you, oh nein, du bist tot So, komm ich hier rein, einfach rein Nach dem, zack, Schuss Und jetzt schaffe ich es nicht, weißt du Egal Dann ist es so eine Challenge, schließ doch, Kotze Die kommen in einem X-Pattern Aber ich bin jetzt, glaube ich, einfach nur drüber Dreh dich um, du furzfressendes Stückkot Fuck you Fuck you Ich war noch nicht, ich tue euch weh Okay Gar kein Problem Stopp Ja Jetzt habe ich aber keinen Kopf mehr Ich war jetzt Okay Und jetzt Ich wiskte sie Marian, ich wüsste schon fertig Ich wüsste mich Nie Laura Ich wüsste mich Nein Das ist Ich wüsste mich Ich wüsste mich Ich wüsste mich Ich wüsste mich mir ist das aufgefallen was sie vielleicht nicht brauchen werden sehen extrem easy den auszuweichen wenn du nicht komplett verblödet ist die kommen halt immer hin und her lass dich aber nicht treffen was ich gerade sagen wollte ich hätte jederzeit zurückspulen können ich habe es nicht gemacht wisst ihr warum weil ich arsch dumm bin mal gucken ob ich das jetzt noch beenden muss ich weiß es nämlich nicht mehr wirklich aber hey wenn ich wagte nicht gewinnen jetzt weiß ich nicht weiter boah den letzten sprung hätte ich es nicht geschafft mit der scheiße falls euch diese folge gefallen hat mehr als wir zumindest dann noch bitte positiv verwerten kommentieren abonnieren das nächste wird schlimmer das nächste wird schlimmer kuh ist raus bis dahin bis dahin